Da kommt jemand, da kommt jemand. Hier, ich hab dieses Herz hier gebaut. Nein, hör auf zu schießen, hör auf zu schießen. Heute, letzter Tag, OG Fortnite, letzte Möglichkeit. Im Internet wird gemunkelt, dass wir heute, dass heute Frieden herrscht auf der Map. Niemand greift sich an, niemand schießt, schießt aufeinander. Waffen brauchen wir nicht aufheben, das werden wir jetzt austesten, ob das wirklich so ist. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit, irgendwie nachher ein Herz zu bauen. Und dann die Leute quasi mit dem Herz dazu signalisieren, hallo, wir sind, wir sind Freunde. Sollen wir mal, nee, ich vertrau, ich vertrau. Waffe, diese Waffe da, werde ich nicht in die Hand nehmen. Oh, da, da sind Schüsse, da im Busch, guckt mal. Ah, hier oben, hier oben hat das Design mit verstanden, er aber nicht, hey, hey. Ah, guck mal, wir sind Freunde, oder? Ja, es funktioniert. Alter, ist das respektlos. Er hat auch noch gewartet. Er hat mit meinen Gefühlen gespielt. Okay, das hat jetzt nicht so funktioniert. Ich überlege, ob wir nochmal Tilted landen. Das Ding ist ja eben, dieser andere Dude, der da auch umgebracht wurde, ich glaube, der wollte auch Frieden. Ich glaube, der wollte auch einfach die Map genießen. Aber der Busch, ja? Der Busch ist quasi der Wirt gewesen. Ja, der zum Beispiel. Nein, 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 nein. Mach Herz. Hier, Emote. Lass uns emoten. Oh, nein. Lass uns Freunde sein. Komm, Emote. Emote mit mir. Hey Leute, was denn mit dem Frieden? Was denn mit dem Frieden, den wir wahren wollen? Oh, aber sieht er mich? Sieht er mich? So, jetzt probieren wir es. Jetzt probieren wir es. Nein, nein, Friede, Friede, Friede. Hier, siehst du, dass ich ihm oute? Siehst du, dass ich ihm oute? Ja. Ja, nice. Wir sind Freunde. Hier, ich lasse alles fallen. Ja, es hat geklappt. Ja, wir sind beste Freunde. Aber hier kommt noch jemand anderes. Okay, nice. Wir machen auch nochmal irgendwas. Vier. War der das? Du Made. Du Mistvieh. Stirb. Stirb. Ich treff nicht. Ich treff nicht mal. Junge, du Verräter. Das wird nichts mit mir. Er läuft neben mir. Du bist in meinem Herzen drin. Ich habe mir nicht über deinen Namen gemerkt, aber ich werde es mir nachher angucken. Aber es hat wirklich funktioniert. Wir haben uns einen Freund gemacht. Junge, GG. Das Ding war auch, da vor uns kam ja noch einer. Und unser Kollege wollte uns sogar beschützen. Vier. Der hat so schon geguckt, um uns zu beschützen und unsere Freundschaft zu hüten. Okay, wir bauen hier hoch. Hier fangen wir an. So. Und so. Zwei. Drei. Vier. Oder zwei vielleicht. Vielleicht eher zwei. Obwohl dann einer nach innen und einer hoch. Einen nach unten. Und nochmal einen nach oben. Und dann nochmal einen nach oben. Was ist das denn? Wie kann das denn sein? Wie kann mir das nicht aufgefallen sein? Was ist das denn? Okay, wir müssen nochmal neu bauen. Junge. Hä? Wie kann das sein? Wir bauen nochmal neu. Das da kommt weg. Oh. Alter, sieht so gut aus. Alter, sieht so gut aus. Ja, jetzt muss nur... Jetzt muss... Jetzt muss hier halt auch jemand vorbeilaufen, ne? Hm. Ha, 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 ha. Äh. Ja, hier. Nein. Okay, da kommt jemand. Da kommt jemand. Hier, ich hab dieses Herz hier gebaut. Nicht... Nein. Hör auf zu schießen. Hör auf zu schießen. Alter, ich hab übelst die Lacks. Holy shit. Der macht mein Herz kaputt. Hier, guck mal, was ich hier gebaut habe. Du Vollidiot. Ich hab fast keine Munition mehr. Nein. Okay. Herz steht. Schauen wir mal. Alter, nice. So ein bisschen im Boden eingearbeitet diesmal. Schönes Bronzeherz. Da ist ein Motorradfahrer. Ja. Ja, schönes Bronzeherz diesmal. Hier kommt jemand. Hier kommt jemand hoch. Hier kommt jemand hoch. Hier, guck mal. Guck mal. Ich hab ein Herz. Ich hab ein Herz gebaut. Ah, der ist ein No-Skinner. Der ist ein No-Skin. Nein. Guck mal, was ich hier gebaut habe. Der hat das Herz nicht erkannt. Der schießt mein Herz einfach kaputt. Ja. Auf mich wurde geschossen. Hier, schau mal. Ich hab ein Herz. Ja, hier, guck mal. Guck mal. Guck mal, ich hab ein Herz gebaut. Da ist ein Motorradfahrer. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Jawohl. Nein. Nein, nein, nein. Schließ Freundschaft. Leg deine Waffe weg. Leg deine Waffe weg. Ja. Hier. Hier, komm zu meinem Herz. Ja. Er kommt, glaube ich. Ich glaube, er kommt. Er kommt, glaube ich. Ich emote. Ja. Ja, es klappt. Es klappt. Wir sind schon zu dritt. Oh mein Gott, ist das geil. Let's go. Let's go. We made it. Ja, das habe ich gebaut. Ziemlich cool, ha? Ziemlich cool. Habe ich einfach hingebaut. War kein Problem für mich. Nice. Ey, wie heißt ihr Atzen? Wollen wir Freunde sein? Oh, den habe ich auch. Ah, Mist. Habe ich nicht gerade drauf. Yeah. Oh, Zone kommt. Okay, Jungs. War wirklich schön mit euch. Vielleicht können wir ja befreundet bleiben. Wir sitzen jetzt zusammen auf dem Motorrad. Kann man da mit? Alter, das ist so witzig. Ich habe einfach Freundschaft geschlossen mit denen. Oh, der kann hier nicht so gut rüberfahren. Das kann ja noch nicht so gut. Ich sage, irgendwer von denen wird uns jetzt betrainen. Ich genieße jede Sekunde mit meinen Freunden. Let's go. Let's fucking go. Es hat wirklich funktioniert. Holy shit. Ein bisschen Munition wäre nice. Komm, Perle. Fahr mich mal irgendwo hin. Fahr mich mal in den Sonnenuntergang. Da ist der andere. Machen wir einen Trick? Machen wir einen Trick? Oh, Fallschaden. Oh. Oh. Jungs. Ihr habt mich übelst krank gehittet. Ah, der will. Ja. Ja, Dreier-Squad. Junge, ich habe noch 4% Leben. Das ist so scheiße. Hey. Wo ist der Atze? Da ist er. Jawohl. Jawohl. Fahren wir. Ja. Junge. Einfach Squat jetzt. So witzig. Junge, du kannst ja gar nicht fahren. Bro, du fährst ja wirklich wie der letzte Arsch. Ich brauche einen Medipack. Äh, scheiße. Hey. Nein, nein. Das ist kein Homie. Das ist kein Homie von uns. Das ist kein Homie von uns. Das ist kein Homie von uns. Oh, nein. Ich habe die verloren. Wie schade. Einfach war ich da eben runter. Nee, gar nicht, weil die mich gerammt haben. Okay, hat aber ultra gut funktioniert. Das war ja ultra nice. Wir waren auf einmal ein Squat. Das war richtig cool. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.